Das ist nix. Und da erst recht nicht, oder? Dankeschön für den wirklichen Subtextaktor. Fick dich! Gebt doch nicht! Wie der aushält? Doch, kann ich! Oh, nein, nicht, ich bleib! Au! Jetzt, Tor, hol' ich weg! Das hat ihn ruhig geste... Gebt doch, Alter, diese dicken Hallen echt was aus! Gott, verdammte Soldaten! Was? Ist das Maul, oder was, Junge? Maul, ist das Maul, ist das Maul! Oh, leul, ich beglebe! Böser Schnitzer! Interessant! Ach! Hm, hm. Hm, hm. War alles geplant! Ich wollte nur AP aufladen. So! Wir haben was gedroppt! Was bist du? ich würde gerne testen, ich würde gerne testen. Sieht ja ganz nett aus, muss man nur ausprobieren mal. Nur jetzt sind keine Gegner da, das ist wie immer unfohl. Hey, Muni! Nein, die reden hier auch noch besser. Hey Muni! Hier eine Menge Schilde und anderes Zeug. Oh, noch mehr Leben kann ich brauchen. Die haben nix, hier liegt noch Muni. Hör mal her damit. Hier unten im Wasser liegt eine Kiste mit Geld. Sechs Dollar, das ist ja nix! Da ist noch ne Kiste. Bei mir geht's draußen grad wieder ab. Ich hoffe, das hört man nicht. Da klopft dir jemand grad sein... keine Ahnung was nieder. Okay, ne Tür. Wo man nicht durchkommt. Bibi! Okay. Alles untersucht und abgecheckt. Jetzt noch hier rein. Hier auch noch. Jawoll! Jawoll! Muni! Dann checken wir doch mal, was wir hier so noch bekommen haben. Eine Waffe. Noch so eine Waffe. Nein, ich will die nicht untersuchen. Geh zurück. So. 61 Schaden. Nicht übel. Was haben wir hier? Ein Buch. Erforderliche Klasse Siri. Mögliche Schaden. Ein 20%. Fähren Schaden. 20%. Okay. Jo, ist besser. Better, better and better. Grenade Schaden. Oh yeah. Oh, Säure Schaden. Ja, nice. Her damit. Dann ätz' ich die in den Kopf weg. Da fliechen die Fetzen. Jetzt geht die Party ab. Ich hab übrigens noch nie eine Granate wirklich so geworfen. Fällt mir grad so ein. Oder werf sie selten. Hier oben ist noch was. Dachte ich mir doch. Muni! Immer nur her damit. Achso, ich bin voll. Na ja. Oh. Wen haben wir denn da? Wieder einer, der so einen Winzling rumträgt. Wär eigentlich ein guter Test für die Granaten und auch das andere alles. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh! Eine schöne Ausrüstung hast du da? Oh, ich hab ihn getötet. Scheiße. Aber die Waffe ist geil, die ich jetzt hab. Mit der kann man Schaden machen. Mach's dir nicht, oder? Oh! Und die hat nur immer so... Kurzschüsse. Oh! Deckung. Überrollt den Fall! Nice! Bringt das Opfer unter die Erde! Scheiße! Nice! 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 Die Waffe ist nicht übel. Gar nicht übel. Gefällt mir ganz gut. Aber ich bleib trotzdem mal bei der Snipe erstmal. Weil mit der... hab ich einfach einen besseren Aim. Okay, Hyperion! Hunderttausend Köln für Rowland! Mein letztes Wort! Echo zurück! Lass uns endlich verhandeln! Hyperion will Rowland unbedingt haben! Selbst wenn sie ihn dem Blattschatz nicht abkaufen! Sie werden ihn sich holen! Beeil dich! Ich weiß nicht. Kinder zum Eiswagen! Komm schon, Kleiner! Zeit! Ich weiß nicht! Ja, warum? Ja! Warum? Merkwürdig befriedigend! Achso! Achso! Okay, soweit so gut! Läuft der ganze niedlich! Uh, heftig! Nix Granate! Ich werfe die Granate! Kapp was für dich! Hier! Jawoll! Ich muss den Typen auf dem Geschütz erledigen! Das heißt nicht das Geschütz, sondern den Typen! Jawoll! Oh, der hat jetzt geschützt! Alter! Nicht gut! Nicht gut! Nicht gut! Macht's doch nicht! Ich hab mich gefreut! Ha, 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 ha! Ich kämpfte für mich! Nice! Scheiße, ich hab vergessen, wenn der tot ist, kämpft der Winchelig nicht mehr für mich. Alter, blöde Winchelig. Oh, heftig. Nice, läuft doch. Läuft, Dude? Oh, da ist noch einer. Na komm, mach Kuckuck. Mach Kuckuck. Komm, mach Kuckuck. Ja, ich hab immer Kuckuck. 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 Oh nein, nicht schon wieder einer auf dem Geschütz. Ich mach das Geschütz jetzt platt. Weil der Typ mir auf den Sack geht. Geht auch. Jo, so weit, so gut. Da ist noch einer. Warmin, 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 Warmin. Da steht er doch irgendwo, ne? Komm raus, komm raus. Was, wo immer du bist. Ich krieg dich sowieso. Ich werde mich sowieso finden. Und bekommen. Und dann seid ihr so, dass du tot. Allesamt. Uh, Grenades. Nimm ich gerne an mich. Schneid ihnen einen rein. Wow. Grenades. Zu weit geschossen anscheinend. Ja, ich hab du. Hier, noch eine. Nimm nur, nimm nur. Schön. Die Grenades bringen wir nächstens mal was hier. Soll ich öfters nutzen. So, was haben wir hier Schönes? Ein paar Sachen, die Gottschneid sind, aber nicht richtig. Okay. Es ist nicht zu übersehen, dass die crimson Raiders, die ihr bekämpft, brachiale Feuerkraft haben. Wenn ihr eine Chance gegen sie haben wollt, werdet ihr euer Arsenal aufstocken müssen. Ihr könntet eure Männer mit hochwertigen Waffen aus meinem Laden ausrüsten. Kauft bei mir ein und diese crimson Raiders sind in null Angst! Juhu. Au! Den hätt ich jetzt gleich gesehen, den Gegner. Nicht schlafen! Zwergenliebhaber! Zwergenliebhaber? Du hast doch Nägel an dein Ding. Alter, hier, friss noch ne Grenade. Alle Skypes gehören mir! Hier, noch ne eine. Geh doch. Genau, mach mal ein Schild weg hier. Jawoll, jetzt habe ich keinen Grenade mehr, aber... Du kannst immer noch weglaufen! Na komm! Lass deine Ausrüstung fallen! Dann lass ich dich gehen! Ich hab keine Zeit, den Schein! Alter, du willst mich doch verarschen, ey. Du bist ein NICHT! Ein NICHT! Ey, nicht im Ernst! Ich treff den jetzt nicht, die letzte AP da. Ja! Ja! Ist sehr geil! Boah! Alter! Okay! Okay! Das war echt cool! Ich hatte Spaß! Was? Ihr willst! Müssen wir eher Zeit wiederholen! Ohne Scheiß! Das ist so ne Witz! Was? Ah! Ich treffe ich sein Scheiß arm nicht einmal! Wollt mich doch verarschen! Ah! Ah! Wartet mal. Ich hol mir wieder diese Waffe. Die ist zwar ganz cool, aber meine Feuerpistole ist da ein klein wenig effektiver. Uh, okay, aber die Pistole hat noch mehr in sich als die hier. Nee, wartet mal. Die hat eine Zielvorrichtung. Feuert schnell, wie du abdrücken kannst. Das gefällt mir sehr gut. Feuert schnell, wie du abdrücken kannst. Gefällt mir auch sehr gut. Ich schau mal. Okay, die schießt ohne Zielvorrichtung. Dann mache ich das anders. Ich gehe auf diese Waffe, weil die macht gut Schaden, aber hat eine Zielvorrichtung. Und eine Zielvorrichtung bringt mir mehr. Also mir, ein paar Kleinigkeiten wieder. Grenade, ein paar Schilde. Ein bisschen Platz habe ich noch. Jawohl, jetzt habe ich eine Zielvorrichtung. Schön! So gefällt mir das. Dann räumen wir jetzt diesen fetten Arsch da mal weg hier. Jetzt reicht's mir. Ach, ich bin so doof. Ist so cool. Ich habe keine Granaten, der ganze Zeit. So. Kann man irgendwie auch ausweichen? Die Zwerge, lass mich runter. Nö. Jetzt wurde gehaddi'd. Ich werde überleben. Du nicht. Du wirst keine zwei Minuten überleben. Verdammte Kacke nervt der. Es geht so auf den Sack. Weil ich schon wieder gleich tot bin. Ich bin schon wieder fast tot. Alles Geist gehören mir. Aber ich kann seinen Kopf nicht treffen. Egal, was ich tue. Das geht nicht. Ich schieße ihn mal auf die Füße hier. Ich will mich doch verarschen. Ach, komm mal her. Jetzt komm mal her. In den Fuß, 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 Fuß. Nein! Du kannst immer noch weglaufen! Komm! Das war ein Hochgenuss! Endlich! Alter, hat ja lang genug gedauert, der Vetter. Junge, Junge, Junge. Es gibt hier wirklich nervige Gegner. Es ist ja unglaublich. So. Das haben wir es aber erst mit uns. Grenades lagen da. Gut, dass mir keiner was sagt. Ouch! Da haben wir wieder was. So. Da flog die wieder irgendwas dran. Geld. Muni brau ich nicht. Die auch nicht. Ups. Die da. Ja, die nehm ich mit. Das nix. Und da erst recht nicht, oder? Hä? Oh, bah. Danke schön für den, was du so sehr gesagt hast. Da flog Geld. Fünf Dollar. Fünf Dollar. Ein Zupfer. Üh, bequem. Ja, genau. Nichts drin. So, jetzt reicht's. Wir machen hier einen Cut. Genau, hier. Nee, ich will noch weiter spielen. Ist leider so. Es macht mir grad zu viel Spaß. Außerdem darf ich cutten, wann ich will. Und wann mein PC hat sagt, der Cut nicht mehr. Da ist Geld. Sieben Dollar. Cool. Okay, gehen wir weiter. Ach so, nur ein Save-Point. Radio. Ich kapier die Radios eh nicht. Aber naja. Totenschädel. Schön. Schilde. Schön. Geld. Schön. Nee. Schön. So. Sieh dir diese mörderischen Bloodshot an. Findest du nicht, dass Pandora ohne die Sprache besser dran wäre? Oh, ich bin es. So lange zurück. Geht mir meine Hitpreis zurück. Ich will alles was du hast. Oh, du? Oh, du. Oh, ich bin es. Oh, du. Oh, du. Oh, du. Oh, du. Der Widerstand braucht die Infos, die Roland über die Kammer gesammelt hat. Wir wissen, dass Hyperion sie öffnen will, aber nicht warum. Wenn du Roland rechter ist, haben wir vielleicht eine Chance, Jack aufzuhalten. Okay. Das hab ich soweit verstanden. Nur das Problem ist, hier sind ein paar Gegner, die mir echt auf den Zack gehen wollen. Oh, es hat die nicht gett. Noch ein bisschen Muni hab ich. Ich kann also noch ein bisschen ballern auf ihn. Jawoll! Jawoll, er war offen. Nice. Komm her! Zack, 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 zack. Das ist doch gar nichts! Gar nichts, ja? Gar nichts! Nippe-Piercing! Kaboom-Baby? Selbstmörder? Geld! Da kommt einer. Alle. Der reicht gut aus. Aber jetzt, was war's das? Mein Daddy ist lieb! Uh, Strudel! Das sollte man unbedingt reinspringen. In so einen schönen, fetten Strudel. Kommt mal 100% wieder raus. So. Muni. Oh ja, damit. Du hast diese stramenhafte Leuchten. Was gefällt mir. Gefällt mir. Loid. Du bist also aufs Maul, ja? Na, wegen der Hurenbock. Das war übel. So. So. Du bist halt auch noch aufs Maul. Komm mal am Schatten. Befreien wir den Kleinen mal. So, der Kleine ist befreit. Jetzt kriegen wir Hilfe. Merkwürdig befriedigt. Toll. Schöne Headys. Ach stimmt, der lebt ja. So, der kämpft ja da nicht mehr für mich. Paar Headys. Shit. Paar Headys, paar Headys, paar Headys, paar Headys. Und zack. Und zack. So. Weg mit dir. Puh, da ballert was. Alter, meine Fresse. Ich bin wieder da, Arschlöcher. Jawoll. So kürzlich das ausgesprochen. Alter, der hat den Raketenwerfer, ey. Der hat den Säure-Raketenwerfer. Alter, du willst mich doch verarschen. Okay, warte. Mein Gott. Ach, Kacke, Alter. Der hat einen Säure-Raketenwerfer. Was soll denn der Scheiße wieder? Na, egal. Wo bin ich? Ah ja, genau. Ich habe hier so einen Safe-Point bekommen. Ich muss dir erinnern. Ah. Alter, 900 Gebühren. Dollar, alter. LOL. Alle Skypes gehören mir. So kannst du dich nicht nöten. Kann ich. Schon. Geh mir deine verdammten Ohren. Stirb endlich. Alter, stirb. Meine Zeit war noch nicht gekommen. So. Ja, toll. Schön, dass du dich siehst. Die ist viel wert, aber... Naja. So, wartet mal. Wir gucken jetzt mal, was so schrottig wie das ist. Wenn wir hier wieder ein paar Schrott-Sachen... Ist das nicht? Ist ja nichts Neues. Hier. Äh... Die da. Die da. Die Granate. Ja. Das war's eigentlich. Der Rest ist ganz in Ordnung. So. Dann gehen wir doch noch mal rauf. Gleich, ja. Ich komme dann gleich. So. Jetzt... Bis Ende. Alter! Nächstes Level. Nice. Noch ein paar Schilde. Auch gut cool. Hier liegt Muni rum. Die nehme ich auch mit. Geld. Nein Leben. Noch was. Rowlands Raiders reißen uns in Stöcke. Ihre Waffen sind verdammt noch mal zu gut. Aber ich habe die Lösung für dieses Problem. Reißt euch zusammen und hört auf ständig zu stören. Und hört auf vorzuschlagen, dass wir Waffen von diesem Penamakers kaufen. Er lebt in Sanctuary. Also ist er genauso ein hinterhändiges, selbstgefälliges Arschloch wie Rowland und seine Raiders. Alda. Alda. Die Sprachausdrücke dieses Spieles sind nicht unter 18 Jahren geeignet. So, ne? Wollte ich nur mal erwähnt haben. So. Jetzt sind wir zumindest schon mal hier. Haben wir noch irgendwas vergessen? Nicht, ne? Ne. Gut. Dann gehen wir weiter. Weiter, 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 weiter. Da ist ein Elektrozaun. Hier ist ein Savepoint. Dann würde ich sagen, machen wir hier ein Kart. Weil, ich denke, das ist besser. Da kommt schon wieder so ein Schildtypi. Jo, dann würde ich sagen, machen wir hier ein Kart. Dann wird es ein nächstes Mal wieder machen wir die Schildtypi fertig und schauen, wie wir diese Elektro-Gelder wegkriegen. Ich bin euer Wigler-Pingu. Immer schön den Penis reiben oder was auch immer ihr habt. Und dann seid ihr glücklich. Bis zum nächsten Mal. Servus.